Warte, die Tür ist offen. Irgendwas stimmt hier nicht. Logan. Bitte, tu hier nichts. Was willst du? Du weißt, warum ich hier bin, oder? Nein. Es macht ja auch nichts aus, dass ich essen muss. Du weißt nicht über mich. Bitte, lass sie gehen. Er hat aber... Laura! Ich bin bestimmt. Damals. Du hast mir was sehr wichtiges genommen. Jetzt werde ich dir was nehmen. Was hast du vor? Nein! Nein! Ist ein Jahrter, Champion. Oh! Ich will ihn nicht. Er ist ein Unum. Trink ich viel. Nein! Bitte! Nicht! Nicht! Was ist nicht los? Ich will dich mit uns. Mach wieder in die Noten. Ah! 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 ... Auf Wiedersehen. Okay, John. Du hast es hier mit jemandem wirklich Bösen zu tun. Logan macht keine Späße. Er ist sehr vorsichtig und schwer aufzuspüren. Ich konnte dennoch ein Zeitfenster für dich öffnen. Er ist morgen um 13 Uhr in dieser verlasteten Fabrik. Was er dort vorhat, weiß ich nicht. Meine Spähe erzählten etwas von einem Deal. Mit wem oder um was es dabei geht, ist uns jedoch nicht bekannt. Das ist deine einzige Chance, John. Doch pass auf, wir decken unzählige Wachen. Agiere leise und vorsichtig. Oh, und eine Sache noch. Francis, mein bester Speer, erzählte etwas von Logans persönlicher Leibwache. Er trägt den Namen. Die Maschine. Nimm dich in Acht. Das war alles, John. Vielen Dank. Das war alles, John. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020